Berlin, Tag und Nacht, Emmys Mutterschaft wird nicht anerkannt Traurige Szenen bei Berlin, Tag und Nacht, Emmys Traum von einer eigenen Familie verwandelt sich mehr und mehr in einen Albtraum. MMI hatte sich so darauf gefreut, eine eigene kleine Familie zu haben. Doch wirklich genießen kann sie es nicht, seit Luna auf der Welt ist, denn immer wieder wird ihr bewusst gemacht, dass sie der Kleinen nicht alles geben kann, was sie braucht. So ist MMI beispielsweise auf Lynn angewiesen, die Luna ab und zu stillen muss, weil das Baby die Flasche verweigert. Lynn wiederum ist genervt, weil sie endlich in die Normalität zurück will. Die beiden Frauen geraten deswegen immer wieder aneinander. Als sie dann auch noch von außen damit konfrontiert wird, dass sie nicht die leibliche Mutter ist und nicht dieselben Rechte hat wie Lynn, ist das ein schmerzhafter Rückschlag für MMI. Berlin, Tag und Nacht, Emmys Mutterrolle nicht anerkannt In der Montagsfolge steht ein Besuch bei der Kinderärztin an, doch die Medizinerin verweigert MMI die Auskunft. Zwar stellt MMI klar, dass das Jugendamt wisse, dass sie die Pflegemutter ist. Doch die Ärztin beharrt darauf, dass Lynn anwesend sein muss, bevor sie weitersprechen kann. Wäre es irgendwie möglich, dass sie mit der leiblichen Mutter kommen? Weil, sie haben kein Schreiben dabei, nichts. Mir sind die Hände gebunden. Niedergeschlagen macht sich Emmy auf den Weg zur Schule, in der Lynn gerade eine Klausur schreibt. Da die Zeit drängt, platzt Emmy in die Prüfung. Ich brauche die leibliche Mutter, erklärt sie Lynn, die über die Unterbrechung mehr als aufgebracht ist. Sie will einfach ihr Leben wiederhaben, und dazu gehört nun mal auch, eine Klausur mitzuschreiben. Doch Emmy bleibt beharrlich und so muss Lynn schließlich die Klausur unterbrechen und zu Ärztin mitkommen. Dort erfahren die beiden Frauen, dass mit Luna grundsätzlich alles in Ordnung ist. Doch die Kleine hat eine leichte Erkältung und noch dazu leichtes Untergewicht. Beidem sei beizukommen, wenn Lynn Luna regelmäßiger stille. Das stärke die Abwehrkräfte. Während Lynn frustriert ist, weil sie mit dem ganzen Babykram nach wie vor mehr zu tun hat als sie wollte, verliert Emmy mehr und mehr den Mut. Ich hab mich so gefreut, eine Mami zu sein, und jetzt kann ich ohne Lynn nicht einmal alleine zum Kinderarzt. BTN, verliert Emmy ihre Tochter? Als abends auf dem Hausboot-Kollektiv entschieden wird, dass Luna die nächste Woche bei Lynn schlafen soll. Weil Emmy ebenfalls erkältet ist und Lynn sich um das Baby kümmern soll, hängt der Haussegen schief. Lynn ist frustriert und Emmy traurig. Letzterer verkümmelt sich deswegen ins Bett und hängt bedrückt ihren Gedanken nach. Kreize versucht seine Freundin aufzubauen, doch die kann sich kaum ein Lächeln abbringen. Ich weiß doch auch nicht. Ich versuche wirklich alles, um mich wie eine wirkliche Mutter zu fühlen. Aber wie soll das funktionieren, wenn ich jeden Tag auf neue vor Augen geführt bekomme, dass ich nicht die Mutter bin? Denkt sich Emmy, während sie ihre Tochter vermisst, die im Nebenzimmer die Nacht verbringt. Die Krankheit von Luna und Emmy wird wohl nicht die einzige Hürde bleiben. Denn wie in der Berlin-Tag-und-Nacht-Vorschau zu sehen und zu lesen ist, wird Lynn vorgeschlagen. Ein ganzes Schuljahr freizunehmen, um sich um ihre Tochter zu kümmern, was diese komplett gegen den Strich geht und auch Emmy mitnimmt. Offen ist zudem, ob Emmy die kleine Luna eines Tages adaptieren kann oder ob sie weiterhin nur als Pflegemutter gilt. Außerdem ist nach wie vor fraglich, wann Danny von seinem Kind erfährt und ob er Luna dann tatsächlich bei Emmy und Kretze aufwachsen lässt. Denkbar wäre nämlich auch, dass er sie nicht mehr hergeben will, sobald er von seiner Vaterschaft weiß, und das würde bedeuten, dass Emmys Traum von einer Familie ein weiteres Mal platzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020